Herzlich Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren hochgeschütztes Publikum, liebe Freude der Rügenunterhaltung. Ich bitte die Gernstuhr um die Aufmerksamkeit. Unter dem Motto Starke Kids wurde in dieser Woche in Grenier einiges auf die Beine gestellt. Das Jugendamt Rheinkreis Neu, so wie der Sportbund Rheinkreis Neu, hat sich in diesem Jahr die Aufgabe gemacht, den Kindern in den Ostafelien etwas ganz Besonderes zu geben. Und zwar einen richtigen Zirkus. Von Dienstag bis Samstag haben diese Kinder hier alles getan, um sie heute Nachmittag, ihre Eltern, ihre Freunde und Bekannten, in einer Welt der Fantasie zu verzaubern. Nun ist es so weit, dass gelernt können die Kinder heute in dieser Veranstaltung präsentieren. Es sind keine Stars auf verschiedenen Ländern, nein, es sind Kinder aus dem Rheinkreis Neu, die heute ihr Bestes geben. Wir alle wünschen Ihnen im Vorfeld viel Spaß und eine spannende gute Unterhaltung. Das Spiel kann beginnen, Manage 3. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.